Muss ich zu einer Schuldnerberatung und alles von mir preisgeben? Oder gibt es eine Alternative? Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Herrmann. Nullschulden.de ist die Soforthilfe bei finanzieller Schieflage, damit Sie schnell und bequem von zu Hause aus Ihre Schulden loswerden. Das Thema Schulden ist in vielen Köpfen sehr negativ verankert. Bis heute. Und das, obwohl es Schulden gibt, seit Menschen Währungen erfunden haben. Überall dort, wo Geld im Umlauf ist, können theoretisch auch Schulden entstehen. Selbst Länder verschulden sich regelmäßig. Die Staatsverschuldung ist ein normales Phänomen, das weltweit vorkommt. Sobald es allerdings um persönliche Schulden geht, ist die Angst groß. Im privaten Umfeld sind Schulden verpönt und das Thema mit Vorurteilen behaftet. Menschen, die Schulden haben, werden schnell mal als faul und unfähig abgestempelt. Dadurch, dass das Thema Schulden in der Gesellschaft ein Tabuthema ist, fällt es vielen Menschen mit Schulden schwer, sich die finanzielle Schieflage einzugestehen. Und obwohl es vielen so geht und Betroffene nicht alleine sind, verschließen viele aus Angst und Scham die Augen vor der Realität. Dass man bei Schulden besser früh als spät professionelle Hilfe sucht, leuchtet sich ja jedem ein. Denn je schneller ich meine Schulden angehe und diese als Problem erkenne, desto einfacher und schneller komme ich aus ihnen wieder heraus. Bei herkömmlichen Schuldnerberatungsstellen oder beim Fachanwalt für Insolvenzrecht müssen Sie jedoch mit einigen unbequemen Vor-Ort-Terminen rechnen. Es werden viele private und vertrauliche Informationen ausgetauscht, weshalb viele dieser Termine oft viel zu spät wahrnehmen. Mal davon abgesehen, dass es mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden ist, Schuldnerberatungen zu vergleichen, zu kontaktieren, einen Termin zu vereinbaren und dort zu erscheinen. Doch was wäre, wenn ich meine Identität und meine Lebensumstände nicht vor fremden Personen offenlegen möchte und mich erst einmal an das Thema herantasten will? Für genau diesen Fall gibt es die Nullschulden-Online-Entschuldung. Dort kann ich ohne Angabe meines Namens und ohne Vor-Ort-Termin sofort starten und meine Schuldenbereinigung bequem von zu Hause aus durchführen. Nullschulden vereint dabei alle Leistungen klassischer Beratungsangebote, vereinfacht und beschleunigt diese jedoch mittels einer einfachen Web-Lösung, die Sie per Computer oder Smartphone aus durchführen. So kann ich zum Beispiel eine kostenlose videogeführte Schuldenanalyse absolvieren und erhalte direkt im Anschluss meine persönlichen Handlungsempfehlungen. Oder ich kann beispielsweise meine gesamten Unterlagen per Post oder PDF einsenden und mir daraus eine professionelle Schuldenübersicht erstellen lassen. Auch kann ich einen Insolvenz-Check in Anspruch nehmen, der mir verrät, ob ich mich für eine Insolvenz qualifiziere. Schneller und einfacher geht es wirklich nicht. Neben kostenlosen Angeboten gibt es auch kostenpflichtige Lösungen. Diese gibt es jeweils zum transparenten Online-Festpreis, der natürlich erheblich günstiger ist als eine Schuldnerberatung oder Anwaltskanzlei vor Ort. Wenn auch Sie Ihre finanzielle Situation selbst in die Hand nehmen wollen, dann starten Sie am besten gleich, völlig kostenlos und unverbindlich, auf nullschulden.de. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da und abonnieren Sie unseren Kanal. Sollten Sie noch Fragen oder Anregungen zum Thema dieses Videos haben, dann nutzen Sie gerne die Kommentarfunktion unter diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, machen Sie es gut und bis bald.